Hallöchen Leute und willkommen zu Let's Play Titus Video 2. Im letzten Part haben wir gegen Juyos gekämpft und ihn umgebracht. Und es blüht kein anderes Mal. Und hier haben wir jetzt die Seelenbrücke. Aber wir machen jetzt mal weiter hier mit den Geschichten von denen allen. Okay, alles ist fertig. Aber was genau hättest du dir mit diesem zu erreichen? Wie ist das so? Haha. Du wirklich willst wissen? Auf der zweiten Idee, nicht was ich gefragt habe. Also, was du machen, sicherlich zu verabschiedern deinen Schein. Hey, gut gebildet. Geht alle hier auf dem Double! Warum haben wir hier alle zusammengebracht? Luger sagte, dass es urgent ist? Bitte versuchen, sich ruhig zu bleiben, alle Leute. Eine Woche heute Nacht, die Stadt wird von einem Monster verabschiedet. Ein Monster, hm? Warum würde ein Monster einfach aus dem Blumen so sehen? Ich weiß nicht. Das ist warum es ernst ist. Aber jetzt, dass wir es kommt, ich denke, wir haben eine Obligation, um die Menschen der Stadt zu retten. Ich auch nicht wünsche mir die Stadt verabschiedet. Ja, wir müssen alles tun, um zu helfen. Und es ist ziemlich süß. Also, wie wissen Sie das? Von einer Sprache verabschieden. Und das wäre... Entschuldigung. Auf der Rekord. Schau, einfach in mir, okay? Regardless von der Sprache, wir haben nichts zu verlieren, von den Städten der Stadt. Ja, genau. Wir sollten zwei Gruppen verabschieden die Stadt. Okay. In diesem Fall. Wir sollten nicht in der gleichen Gruppe sein. Wir sind nur zwei Spiriten hier. Es ist für das Beste, wenn jeder Gruppe einen hat. Genau? Natürlich. Das macht Sinn. Es ist entschieden, dann. Es funktioniert. Genau wie ich es planete. Okay, Museum. Hey. Was hast du angestellt? Was genau soll denn hier sein? Sieh dir die Stadt an. Okay. Ich höre eine Katze. Wo ist sie? Ich hab' dich. Haha. Fauncher. Hm. Ich sehe nichts Unauffälliges... Un... Ungewöhnliches hier. Hier ist scheiße nebelig. Ähm... Ich glaube, so hat Musa das nicht geplant. Komm her. Was ist die Strecke? Du hast die Kontraption vor mir. Ich wollte nicht, dass das zu passieren. Ist das was du machst? Mir selber, was hast du angestellt? Zack. Oh, danke, Geist. Nimm das. Du scheiß mir irgendein Gentle-Troy. Okay, das ist ein Bestmann. Nimm das. Welches Leben hast du eigentlich? Was kommt? Boah. Ist okay, Geist. Try my best. Zack. Ich treffe immer eine Schwächte von denen. Oder sie werden einfacher Power-Treffer. Die brauchen es gar nicht abhauen. Zack. Ähm... Hilfe. Nein. Hey, ich hab' dich geklärt. Ich bin dir her. Oh. Jetzt... Jetzt komm her. Und hier. Bämone Chaos. Bämone Chaos. Der lebt ganz viel lang. Mein Chromatis ist nur auf Level 1, aber ich würde es nicht verwenden. Ich würde es nicht auf dem Max-Level haben. Also auf 3 dann. Zack. Danke, Kaius. Zack. Und Kaius, du bist dran. Zack. Tschüss. Schließ. Hm. Und? Bam. Och nööööö. Not agaäaan. Release. Release. Danke. Hat das Ding gerade geheilt? Ne, sah ich nicht mehr aus. Hier, los, Geis, geh zu den Geis. Nein, nicht dieses Moth. Es ist okay, Geis. Zack. Oh! Er hat Hello there gesagt. Wann wer ist hier mit? Zack. Ich wäre für ein Mistigart. Hier. Zack. Unschiss. Unschiss. Dann. Nein. Hm. Musik. Was sollte das? Ich bin stärker. Ich weiß, du... Ich bin stärker. Ich bin stärker. Nummer. Das ist ernsthaft. Die Menschen könnten sich getötet werden. Und was hat sich mit der ganze Sweet Scoop gemacht? Ich werde ruhig sein. So, du sagst, dass sie das gemacht hat, nur um uns näher zu kommen? Na, dein Plan hat ein bisschen zurückgezogen. Sie sind so gut mit Mila. Ich dachte, das würde dich auch mehr als ich. Entschuldigung. Nein, ich sollte mich entschuldigen. Entschuldigung. Mila... Entschuldigung, du hast nur versucht, mich zu empfehlen. Nächste Zeit, wir diskutieren, erst mal deine Pläne. Ja, ich denke, wir geben dir einen Pass diese Zeit. Es ist sehr süß, in eine wirklich wunderschöne Weise. Ich hoffe, dass wir gute Freunde werden. Wirklich? 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 Was ich mir nicht schuldig? Sie ist jetzt mit Mila, aber sie geht schüttet, um sie zu leben, um zu leben. Wirklich? Ich weiß nicht, dass ich das wieder einmal wieder полen kann. Das war creepy. Was zum Teufel? Was haben wir erhalten? Okay, was haben wir jetzt nächstes? Trigraf. Wie gesagt, erste Zeitquestion, ne? Am Hafer, der, 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 und was haben wir für neue Monster? Gar nichts. Was ist das eine Kopie der Gourmets Guide zu Olympias? Ich wusste nicht, dass du so interessiert hast. Ich bin Olympias von Olympias'a weiterentwickelt. Okay, Gaius. Hey, ich bin gerade gekommen. Sie sind auch über Kyle? Es ist lange, seit ich nichts von ihm habe gehört. Ich hoffe nur, dass diese Angst, die ich fühle, ist nur meine Imagination. Hey, sie sind hier. Guten Tag, Ersten. Ich würde dir einen Drink geben, aber wir sind in der Mitte einer Interrogation hier. Nicht, dass du so interessiert hast. Tanner, Kyle, bist du nicht verletzt? Sie haben uns nur aus dem Blühen. Kyle. Sie haben uns nicht verletzt. Sie haben uns nicht verletzt. Oh, bitte. Es ist nicht so schlecht. Wir haben einfach diese Punks gelernt, um zu respektieren. Sie haben uns verletzt, wie wir mit der Unterlegung der Verläufer sind. Was? Auf alle Unterlegungen waren da. Sie haben alle gesehen, was ist passiert. Sie haben ihn gesehen, Kyle schreien und das Soldaten verletzt. Keine Weise. Ich habe es schabelt, Big E. Aber das Soldaten hat es angefangen. Er hat mich verletzt, obwohl ich nicht mit dem Sport. Es hat mich als ein Kriminell behandelt. Das Riesemaxien hat alles begonnen. Entschuldigung, Big E. Entschuldigung. Ich bin nicht derjenige, du musst dich entschuldigen. Oh, das erinnert mich, Ersten. Es gibt ein paar Leute, die ich möchte, dich zu treffen. Hey, lass ihn in. Entschuldigung. Du hast meine größten Begründungen. Huh? Dieser Mann und Frau sind nichts anderes als die Begründungen des Riesemaxien-Solger. Ist das der Junge, der hat mein Sohn, Detektiv? Entschuldigung. Der Begründung ist noch nicht geschlossen. Sag mir, warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du unseren Sohn? So, was du denkst? Ersten? 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 Erste? 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 know, Che center? Erste? Nein, know what zu erzählen? Erste. Erste wiederholfen. Figuro. Ihr Majesty, mein Boss' Boss' Boss is waiting at the Marksburg Inn. If you'd be so kind as to come and meet with my superior, I'm sure the both of you could discuss more than a few words in private. With Riza Maxia's cabinet ministers, I imagine. Yes, exactly. You imagine, right? Caius. I know. It's true I could use my powers to protect Kyle from prosecution, but then I would fail as a king. I wouldn't be able to face my people. Oh, 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 ganz fiese Sachen. Warte mal, ist das nicht das Gasthaus? Oh, wir sind in Triaglif. I forgot. Wo ist das Hotel? Mach her. Ich hatte doch keine Ahnung. Da, da. Danke, dass du wirst, Ihre Majesty. Jeder ist in der Konferenzrunde. Wenn du mich folgst, bitte. Luger, was sind deine Gedanken auf Kyle's Krieg? This is a treasure. You make it sound so simple. Such clarity comes from having a strong sense of morality. You've helped me accept what I must do, and I am grateful for it. What will happen to Kyle? I agreed to extradite him to Olympias Did you win a concession on the Tariffs in return? Die Minister sind begeistert. Sie sagten, dass die Leben eines Soldaten ein wenig Geld war. Das wurde von politischer Convenanz. Ich versuche, dass die Begründeten getrennt werden. Das muss wohl sein sein. Das ist mein Zuge. Die Begründete, Ihre Majestät. Sie hat Olympias geholfen, aber es hat auch einen großen Böden für Ihre Leute gebracht. Um ehrlich zu sein, ich glaub nicht, dass Sie es in Ihnen hatten. Ich wünsche, dass ich so gut in meinem Job als Sie sind. Dann werde ich los. Bis zum nächsten Mal. Ich hätte es preferiert, wenn er offenbar ist. Das ist nicht zufrieden. Olympias ist derjenige, der unterteilt die Begründete zwischen den beiden Ländern. Der Mann wahrscheinlich hat das Ganze gemacht. Er wusste voll gut, dass ich nicht gegen die Interessen von Reza Maxia reagieren würde. Was, was die Gefühle und die Gefühle war er so? Oh, warum? Das war sehr wichtig. Was haben wir? Mitgleichte ich mich? Daher sind wir stehen. W sú Middle-Jetze! Ich stande auch auf den Weg. Das war die Möglichkeit, da. Das war die Gefühle. Es war ein Geschenk für ein Mann, der Ersten. Ein Geschenk von seinen Freunden. Ich habe kein Recht in es zu behalten. Aber es ist eine Wahrheit, dass du keinen Freunden hast überhaupt. Menschen, die eigentlich wollten zu spenden mit dir. Als normaler Mann, als Ersten. Ich denke, dass Menschen und Spirits zusammen alle brauchen Menschen, die sie akzeptieren, für die sie wirklich sind. Hm. Wie wird es sein? Ich werde es behalten. Luger. Wir machen eine Gruppe ein paar Mal. Du, ich und alle anderen. Ich habe das Gefühl, dass du in die Zeit langstern bist. Was ist das, was du denkst? Nein. Du denkst nicht, dass du dich antwortest. Ich wollte mich nicht antworten. Hier, mach das. Wenn du meine Hilfe brauchst, ist es dir. Es gibt keinen Sinn, dass du dich mit mehreren, als du allein kannst. Partyschläge. Was ist das denn jetzt? 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 Tschüss. 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 Tschüss.